zu scheuert liegen zu uns wenn sich länger und von dem Modus liegen ein wenig verliebt für danach waren schnitz nach meinten er wird auch schon der Vorrat die Hälfte geschafft als ich ja auch eine Leiche direkt in mir das st aber wir müssen noch drei Dinger ja er ist herausforderungspunkt er sich hat über 70 Prozent mehr Gesundheit und nun okay ich kann mit aufstehen ich jetzt müssen durchfragen als er kann auch genau ich will zu müssen doch dass man die Pistole nicht wegklingen also dies war cool aber sehr schön hier ist Munition so das müssen wir noch ach wir bekommen glaube ich immer für eine Nestzerstörung noch einen Fähigkeitspunkt um größere Munitionskapazität viel schnelleres Anlaufen wir springen jetzt mit größerem Wirkungsradius oder doch die Pistole ich weiß nicht was ich aufwerte ich mach das Geschütz kann ich? jo 30 Sekunden den Aussätzigen wer ist denn der Aussätzige man schießt einfach mal auf alles der da der läuft weg ich glaub der ist das ich hab ihn geil der Aussätzige der ist weggelaufen einfach gut zu wissen was ist ein Hypnomeser macht wohl einfach mehr Schaden es lag einfach so rum warte 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 ich bin zu ich muss erst einmal hier mit dem Sound gleich erst einmal wieder gucken ob das funktioniert Aber Beeilung es geht los Jaha hörst du mich noch? 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 Nein, ich schieß los ok? Ja, du schießt los. So, Leute, herzlich willkommen zum zweiten oder auch dritten Part. Man weiß es nicht von Call of Duty Ghosts. Zombie-Modus, Alien-Modus, wie auch immer. Und wir haben uns überlegt, damit ihr nicht den gleichen Scheiß ihr immer jedes Mal angucken müsst, weil es dann doch meistens immer das Gleiche ist, bis auf die Herausforderung, steigen wir mal da ein, bis wo wir gekommen sind beim letzten Part. Und wir sind im letzten Part bis hier gekommen, wo wir den Heli beschützen müssen, der da raufschießt. Dann sind wir verreckt und deswegen machen wir hier auch direkt weiter. Der schießt jetzt da rauf, der Heli. Aber das Ding kriegt noch keinen Schaden, ne? Doch, kriegst. Doch, kriegst. Hast du nicht ein RPG gekauft? Ja, aber ich schieße gar nicht mehr mit dem Geschütz drauf. Bei mir kriege ich keinen Hitmarker. Okay, ich habe schon wieder keine Ammo. Ich muss nur mal ganz kurz Ammo holen. Wenn ich sage, dass ich unvorbereitet hier an die Sache rangehe. Aber, ne? Läuft. Läuft. Schieße mal ein bisschen auf die Viecher. Was ist mit dem RPG? Äh, da habe ich gerade schon ein bisschen drauf geschossen. Hast du noch mehr davon? Ja, ich habe noch vier Schüsse. Dann hau rauf, hau rauf. Wow, das ist ein Scheiß-Ding zerstören hier. Und dann haben wir es geschafft, weil die Viecher sind einfach so verdammt viele, dass wir... Geschafft. Das ist tot. Ja, die Panzerwurst hat ganz schön viel Schaden gemacht. Okay, Leute, falls ihr hier nicht weiterkommt, kauft das in der Panzerwurst und haut rein. Alter, ich bin fast tot, ich bin fast tot. Ich habe keine Ammo mehr, um mich zu wehren. Hier liegt Geld. Geld will ich nicht. Ich habe Geld. 6.000. Ich habe auch Geld, aber ich muss da halt hier hinlaufen, ne? Wir müssen jetzt aber trotzdem weiter, ja? Ja, wir müssen weiter. Aber wenn hier noch Viecher sind... Boah, ich finde die Vector voll scheiße, ich bin ja zu Acker. Ja, ich muss jetzt mal kurz irgendwie die Munition verbrauchen. Ja, Munition haben wir genug. Ich habe Munition alles gekauft. Okay, einen Moment. Oh, guck mal in den Himmel, das ist mir noch nie aufgefallen. Das sieht Hammer scheiße aus. Wirklich Hammer scheiße aus. Na gut. Schnapp dir mal den Bohrer. Ja. Oh, ich habe 3.000 Geld bekommen. Ich habe jetzt 6.000. Ja, richtig, hatte ich auch. 6.000 ist, glaube ich, auch das Maximum. Oh, so wenig. Okay, wir sind jetzt in der Stadt. Da oben ist was. Ja, ein Geschütz, ich weiß. Nein, so ein fettes Vieh. Da, guck mal. Ich hätte mir den Panzerfaust noch mal, äh, noch sparen sollen. Oh, wie viel hält das? Ich habe doch das Hypnomesser, das macht doch... Ja, ich habe ein Hypnomesser gefunden, das macht, äh, tausendmal mehr Schaden. Das ist das normale Messer. Ah! Moment, ich werfe einen Propan-Tank. Ja, toll, jetzt liegt der hier. Lock ihn zu mir, Lock ihn zu mir. Komm doch her! Ich bin tot! Nee, ich meine... Oh, ich habe ihn in Luft gejagt. Wollst du mich? Ja, klar. Das Ding hat gerade tausend gebracht. Du stöhnst ein bisschen. Ah! Okay. Lass erst mal ein bisschen umschauen, bevor wir hier loslegen. Oh, hier gibt es eine Waffe, hier gibt es eine Waffe, hier gibt es eine Waffe. Welche? Ah, 805. Ah, einfach mal kaufen, was kann die? Das, die ist cool, das war mit der ich als erstes... Oh, da oben liegt auch noch ein Waffe, was ist das? Ein LMG. Oh, haben wir da, ist das was für dich. 3.000. Da oben kann man auch hoch. Erstmal alles erkunden, Leute, hier. Erstmal alles erkunden, immer das Wichtigste. Hier oben haben wir einen Geschmacken, einen Propanthang und einen Laptop. Kampfhubschrauber! Warte, gleich, 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 warte kurz, das heben wir uns noch auf. Hier hinten liegt ein Granatwerfer. Was heißt denn Beitrag zum Kampfhubschrauber? Warte kurz. Weißt du, ich bekomme einen, oder? Guck mal. Ich schätze mal, der kommt dann her und hilft mit. Ja, aber ich will keine 1.000 dafür verschwenden. Ja, das kann ich dann machen, wenn wir da sind, aber erstmal noch nicht. Hier liegt noch eine Waffe. Was? Da liegt noch eine Waffe. Ja, der kastet, äh, das kastet. Das ist eine Granatwaffe. IA-2. Hä, was? IA-2 heißt die. Können wir, können wir Monster schnitzen? Hier liegt noch eine Waffe. Hier liegt auch eine, eine Bison. Hier liegt eine Bulldog. Das ist Schrotwinde. Okay, go, 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 go. Warte kurz, ich will noch ganz kurz ein bisschen gucken. Nicht hoch? Ich drücke hier bitte. Da hoch springen, nee, das geht nicht. Ein ACOG-Visier, nee, das muss nicht sein. Obwohl, egal, ich nehm's mir einfach. Jetzt hab ich das ACOG-Visier. Aber nein, jetzt können wir bohren. Ich will bohren, ich will bohren. Was liegt hier? Elektrozong, nee, geh mir weg mit dem Scheißle. Ach, das Hypnomesser ist ein Wurfmesser. Komm mal bitte her. Hol dir das hier mal bitte. Nein, ich will Monster schnitzen. Komm her. Hier liegt ein Trophy-System für dich. Ich brauch ein bisschen zum Laufen. Das geht nicht so schnell. Kein Trophy-System. Doch. Mit dem Dreck. Ich muss keine drücken, um das Trophy-System einzusetzen. Was? Hast du im Multiplayer bitte? Äh, hier, das musst du dir noch nehmen, hinter dir. Mann, ich kann das doch eh alles nicht einsetzen. Das ist ne Drittwaffe. Das ist einfach nur, wenn du Waffen wechselst, einfach auf drei. Das markiert Gegner und dann kommt da ne Rakete. So, okay, ich hol den Bohrer. Hä? Wo wollen wir denn? Wir wollen erst... Ich würde sagen, hier vorne. Nein, hier. Ja, hier. Weil noch sind die Schwächsten, da ist es noch... Was wir jetzt am schönsten so verteidigen müssen. Geben Sie 10.000 aus, bevor das Nest zerstört ist? Was? Nein! Also gut, könnte ich jetzt machen, aber mache ich nicht. Ich hab doch nur 4.000, man kann doch nicht mehr. Ich hab 5.000. Also wir würden es schon, wir würden es schon schaffen, aber ich will jetzt nicht mehr ganz Geld aus. Also das Ganze hier oder nur das hier? Oh, die Waffe, die ich aufgesammelt habe, die ist einmal gut. Oder auch nicht. Äh, nur das hier. Ja, das schaffen wir noch niemals. 10.000? Doch, das wäre machbar. Und dieses Iron-Side, man sieht einfach nichts durch. Oh, nein. Oh nein. Bist du tot? Nee. Die Dinger sind scheiße. Da sagst du was. Ohne, dieses Iron-Side. Boah, ich raste gleich aus. Das kacke. Oh, ich... Ich gucke mir mal kurz als LMG hier oben, ey. Ich würde auch gern. Kostet 3.000. Wir würden jetzt so einen Dingsschlag hier machen. Wann mal. Was für ein Schlag? Ach so, so, flamm. Da. Komm! Bam, Junge! Aber das, das bist du beim letzten Letzter auch ganz. Nein! Ich häng' fest! Ich häng' fest! Du Wurensohn. Mann! Ich bin echt tot, ich bin echt tot. Die geben mir und ich hab' keine Waffen mehr. Oh, dann hol' dir doch was. Ich hab' mir einen Bulldog gekauft. Ist ne Shotgun, Mann! Hab' ich doch gesagt! Oh, nicht, aber ganz gut. Oh, ich muss LMG nachfahren. Ich würde nicht ganz gut gegen die. Ja, ich würde den reparieren, aber ich bräuchte jemanden, der mich deckt gerade. Ja, ich bin hier ganz hinten beschäftigt. Was machst du da hinten? Du musst doch zum Bohrer. Komm, wir mal das. Komm wieder her! Jetzt jede Waffe aus. Boah, wir haben 7.500 schon. Ich hab' so viel gekauft. Du musst auch noch was kaufen. Kauf dir geilen Scheiß. Ja, ich kauf mir. Aua, aua, aua. Mann, diese Kotze von den Büchern. Boah, hat die eine Wecoil, sagst du? So, fertig. Oh, die macht aber gar keinen Schaden. Die macht keinen Schaden! Ich hab' jetzt mein ganzes Scheiß-Geld ausgegeben. Wir haben's geschafft. Oh, nice. Oh, Piona. Die Scheiß-Waffe macht einfach keinen Schaden! Welche? Die, die ich mir da hinten gekauft hab'. Deswegen hab' ich mir das LMG gekauft. Die kann man auch... Ist die gut? Natürlich doch nicht. Die LMG. Achso, ja. Das stimmt. Ich hab' kein Geld. Ja, ich hab' auch gar mein ganzes Geld ausgegeben. Aber ich musste... Huuuuh! 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 Hähnig zuerst was! Spar dir die Soflammschüsse! Was? Spar dir die Soflammschüsse! Nein, Mann! Ich war voll in Panik. Ich musste was machen. Da kommt noch einer! Huuuuh! Huuuuh! Spar dir die, Mann! Ich hab' keine Amo mehr und kein Geld. Ja, dann kauf dir was. Ja, wieder nur ohne Geld! Wunsch! Ich kann nur messen! Mann! Okay, es war doch ich. Ich weiß, das war nicht. Es war nicht wirklich Geld. Das wär echt gut. Oh mein Gott, ich bin wert tot. Ich will gar nicht. Bin sogar sicher. da um es um so ein Spritzeichen auch mehr mann gelegt wohlfühlt ich bin gerne das hier können wir gut verteidigen die Schütze wir kommen zum Knie holen bei mir und das Nächste das kann man perfekt als geschützt sein geschützt weil der ein geschützt ist genau drauf ist perfekt dass sie meinst du ja ist denn hier ein geschütz guck doch mal ordentlich hin wie viel geld hast du nicht genug ich habe 670 wirklich das geht immer ins geschützt verbluten sie nicht also das komplett sterben also nicht nur easy going als ob wir komplett sterben würden das ist scheiße die ich habe muss auch ein bisschen hier bleiben die kommen hier gar nicht hin weil ich die alle platt machen ihnen ist mir eigentlich den rücken decken und sie nach hinter dir ist doch keiner oder noch nicht hahaha oh mein gott ich sterbe oh mein gott ich sterbe oh mein gott ich sterbe jetzt ist zum Beispiel einer hinter mir da oben auf dem dach okay jetzt muss ich hier weg jetzt muss ich wie komme ich weg wie komme ich von dem geschützt weg ach so schweißt du mein Gott ey das ist das sind wieder so viele tippen und meine Waffen macht einfach keinen Schaden habe ich das Gefühl ich darf da mal kurz ein Semplex dran weißt du was ich da ranwerfen dein Penis nein mein Mörserschlatter ich wüsste wie der geht er geht nicht ich hab ich hab noch zwei Schuss auf dem Soflamme keine Ahnung mehr was ist das das Blitz was ist das denn alles so teuer ich glaub da kommt was oh da kommt was riesiges auf uns zu nein ich hab da keine Ahnung mehr geh an das geschützt bin ich geh an das geschützt geh an das geschützt scheiße was auch immer da kommt nicht hört das ist eine Monika von mir oder nein die liegt hier nicht mehr die liegt da hinten nein die liegt da nicht mehr ja ach so ja komm wieder her bitte oh fuck jetzt um los ab ja hätten wir jetzt noch einen Mörserschlag ne hättest du dich mal nicht vorrauf ich hab ja noch zwei dann hau dich da rauf wenn du noch zwei hast denn noch ist chillig noch ist chillig gar nicht chillig chillig alles chillig äh hinter mir ja hinter mir auch weg von ihm ich muss nachladen ja haben wir es geschafft nein noch nicht warum halten die denn so viel aus weil die gerade aus so irgendeinem komischen Meteoriten-Ding gekommen sind was ist das ich will es gar nicht wissen hau deinen Mörserschlag drauf was ist nichts da what the fuck was ist das was sind das da kommt so eine leuchtende Viecher raus ich bin ja zu meinem Geschirb hier die explodieren oh Gott geh nicht zu nah an die Rande explodieren ja ich bin an meinem Geschirb hier macht die alle platt boah das war so schlau dass die es ausgeschöpft hat ne ich versteh's kann auch nicht aber naja was ich kann nicht mehr schießen ja du musst kurz warten kann nicht mehr schießen ich muss raus das kann nicht mehr gut dann raus boah was ist was geht denn hier ab äh es geht grad ein ganz schönes bisschen hier ab ja ich will dann mein Geschirb ist weg immer geil boah boah wie viele und die fuck wie ich explodieren ja nein ach du heilige wir haben's geschafft wir haben's geschafft wir haben's geschafft wir haben's geschafft oh mein Gott da ist noch so ein so einer ich bin aufgestiegen ich hab den Magnum freigeschaltet boah du bist bei den Leuten heilige Scheiße ich hab keine Ahnung mehr du musst ihn mal machen oh Gott du musst ihn mal machen äh lass mal auf das Dach gehen liegt ne Waffe ja ne Bison ich bin tot na wie gut dass ich jetzt heilige willst du mich wiederbeleben kommen ach so ja klar ich liege hier so ein bisschen ich merke schon ich will mir grad die Visum kaufen aber dann ach geil die Kammerkarten ich probier mal die Visum jetzt aus soll ich mir die kaufen soll ich mir die kaufen ja einfach kaufen einfach kaufen alles mal ausprobieren damit wir wissen was geht ok weiter zum nächsten ich will erst noch meinen Punkt ok 100% mehr Gesundheit habe ich jetzt ach so ich muss auch welche einsetzen das geht hier dann will ich haben wir das hier noch was gibt's hier so pass auf ähm folgende Taktik wir gehen jetzt zum letzten Nest ja ja ähm wir klettern dann sofort hier hoch also wir gehen alle hier hoch wir beide wir aktivieren hier das eine Geschütz und den Heli du weißt noch wo der Laptop lag ja nein hier oben drauf wo liegt der Laptop da aber erst gleich erst gleich merken 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 da ist ein Kirchturm oder ne egal was das ist auf jeden Fall hier ist der Laptop ok ich nehme mal kurz den Propan-Tank und wirf den da runter nein da mann fleckt grad dezent bei mir so jetzt geht's wieder ähm Waffe was das äh kastet Granatwaffe gut ah ne ok go 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 Monsterschnitzel waah erstmal kurz die kleinen hier vernichten boah die Visoren ist voll kacke oder die sind mittlerweile so stark boah jetzt kommen die wieder obwohl wir noch nicht mal bohren ja ich muss den Bohrer holen sag mir schwer wenn du bereit bist lass mal erstmal ein paar killen hier oder kommen da jetzt endlich viele bis wir bohren keine ahnung also könnten wir ein bisschen Geld farben weil so viele sind es jetzt denn nicht ne ja könnten wir aber wofür brauchst du das Geld na gut abschüssig um mir Waffen zu verkaufen ja ich hab noch nie Ammo ja wir können dann ja oben ich hab schon wieder keine Ammo ich kann mir irgendwas kaufen ah Gott ich bin schon wieder gleich tot ich bin gleich tot ich bin gleich tot ich bin gleich tot ich muss runter ich muss weg boah warum sind hier plötzlich so viele Gegner weil wir lang gewartet wir wollen doch noch gar nicht ich brauch ne Waffe tja wahrscheinlich wollen die aber nicht boah du Hurensohn lass mich in Ruhe ich brauch 60 Punkte für ne Waffe aber warte ich hab ne Idee Scheiße ich sterbe jetzt auch gerade ich muss mehr Munition legen ich weiß aber die Taste nicht äh 4 nein nein doch es ist 5 ich sterbe gerade komm zurück komm bloß zurück man ich sterbe doch auch was soll ich denn machen boah er spritzt mich an boah ganz oh wie viele nein oh die sind alle explodiert hinter mir ich bin tot ich bin tot ich bin tot ich bin tot oh mein Gott ich lebe oh mein Gott 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 nein nicht schon wieder wir wollen doch noch gar nicht ich will das nicht ich will das nicht ich will das nicht ich bin tot Mann wegen dieser Scheiß Kotz auf dem Boden ich bin tot nein oder sie nicht komm lauf zu mir lauf zu mir ich muss erstmal kurz leben warte kurz ich bin auf dem Weg ich bin auf dem Weg ich nehme einen kleinen Umweg äh ok das ist echt ein paar ich will nicht sagen es sind viele also ein paar sind das schon auf 15 Sekunden hast du boah nee nee wie viele das sind wie viele das sind oh mein Gott lass mich liegen boah Nonno boah also das lief das ist voll schwer ja na was nein wir müssen schneller bohren ja also wir dürfen zwischendurch nicht so ne Pausen machen weil wir haben jetzt grad gemerkt das bringt gar nichts nee das bringt viele Viecher und das ist nicht gut aber wir gucken mal kurz nicht abschalten wir gucken mal kurz was wir hier so schön ist ich hab ne Magnum und die Magnum kaufe ich mir jetzt boah erst bei ok Level 28 oder so kriegt man diese Begleiter Drohne und so und Trinity Raketen ab Level 18 oder was boah leck mich fett ey dauert das ewig ja ok ja 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 ok nächstes Mal machen wir denn da weiter wo wir wieder aufgehört haben damit ihr merkt schon ist immer der gleiche Scheiß ne ansonsten wir verabschieden uns falls euch das Video gefallen hat Däumchen nach oben ihr wisst wie es läuft bis zum nächsten Video mit bis dann tschüss 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 tschüss